Kann ich machen? So, warte Wo, wo, wo? Ach hier! Hier vorne die Eingangstür Alles klar Warte So, okay Jetzt kannst du die anmachen Okay, alles fertig Die funktioniert Sehr schön Die Das ist aber nur unsere Notfalltür, ne? Ja, das auf jeden Fall Äh, sei vorsichtig Hier neben die Tür stelle ich mal Spikes Alles klar Jetzt wieder Ich hacke nochmal die Treppe weg Ja Da oben brauchten wir noch Tür, ne? Oben? Noch ne Tür? Ja Ja So, warte hier Äh, hier warte Eisenspitzhacke Ah, dankeschön Da liegt ne Tür? Ja, danke Oh Siehste, ich komm jetzt schon nicht mehr hoch Ja, so muss das sein Dann passt das ja Ja Dann haue ich aber die da jetzt noch weg Ja Achso So Für uns Doch, man kommt noch drüber Äh, wo hatten wir denn hin? Hier So Union Ja Ja, Cap, wie gefällt dir eigentlich, dass wir heute härter geschlagen haben, hm? Wo kloppt die da eigentlich gegen? Wo kloppt die da eigentlich gegen? So Dann sollte das gehen Äh Der kommt da mit rein Der kommt weg, dafür kommt das hier hin Äh Äh Einmal kurz So So Vernünftig, Cap So musste das Kann ich hier nicht auch irgendwo federn Ja Die kommen gleich wieder hier durch Äh Guckst du grad wegen den Zerbis? Ich muss mal einmal ganz kurz auf Toilette Ja, alles klar Ja Jörg Äh Oh, shit Baby, die Affen haben dich gekillt. Ja, die haben mich gekillt. Das ist nicht gut. Ach egal. Hol mal wieder raus. Natürlich. Okay, die Treppe wäre jetzt soweit. Fertig. Okay, dann gehen wir lupen oder Zeug holen und besorgen. Ich mach gerade meine Quest noch zu Ende. Ja, mach das mal. Hast du deine? Die ist fertig, ich hab Händler dran. Weil dann kannst du wenigstens... Den Block mach ich unten. Hast du ein Lagerfeuer hier oben gesetzt? Nein. Dann mach ich den Block hier oben. Ja. Dann mach ich da ein Feuerchen. Wollen wir noch ein Fake-Feuer hier vorne im Raum machen? Können wir machen, ja. Dann mach ich gerade noch eins. Dann... Ach, ja weiter. Da ist die Kiste, da sind die Kisten. Lass uns doch einfach da noch ein Fake-Feuer hinsetzen. Genau. Wir sind ja dumm. Wir setzen unser Feuer nämlich genau daneben. Richtig. So. Wasser. Noch was trinken, noch was essen und dann können wir los. Okay, Skill-Punkte sind verteilt. Ein Rebo-Frame habe ich in der Tasche. Skill-Punkt hast du auf was? Was? Skill-Punkt hast du auf was verteilt? Oh, ich habe jetzt nur auf Ausdauer und Nachkampf geskillt. Ich wollte eigentlich noch Essen, das habe ich jetzt vergessen. Ich mache einen in Essen rein. Okay, sorry. Alles gut. Und ansonsten gucke ich eigentlich größtenteils wegen Bogenschießen glaube ich. Bogenschießen und einen in Heilfaktor. Das könnte nämlich auch zwischendurch ganz gut sein. So, Tag 2 noch keine Action. Das ändert sich jetzt. Was? Ich bin doch schon einmal gestorben. Da war doch Action pur. So. 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 Nimmst du den Frame back? Habe ich, habe ich. Superb. So. Ich lopke ihn mal hinterher. Ich packe mal gerade hier noch 1-2 hin. So. So. Sollte reichen, ne? Ja, ich denke doch. Oh, Onkel ist gestorben. So. So. Ja, dann lass uns doch erstmal. Irgendwo wo es Kochtöpfe gibt. Ja, lass uns mal hier am Rand noch mal gucken. Mhm. Man looten doch mehr überall. Oder wir gehen direkt hier vorne ins Haus. Weil da ist ja auch eine Küche. Dann gehen wir da rein. Ja. Was ist denn das hier? Egal. Egal. Reingucken. Draufhacken. Äh. Okay. Das ist eine leere Aufbewahrungskiste. Okay. Ah, ja. Okay. Ich glaube hier war der Entloot in der Garage. Na gut. Wichtig wäre mir die Küche. Das ist richtig. Ich glaube die ist aber gleich hier links neben der Garage. Okay. Okay. Oh. Das sind auch nur welche. Was? Ich habe die Triche. Ah, okay. Oh, voll daneben, ne? Ich sollte mal weniger knackeln und mehr schießen lernen. So. Oh, geht. So geht das eben wieder. So. Vorsichtig. Hacke auf. Du passt bis hier auf. Ja. Ich steck nach hinten an ab. Sind ja sehr sichtbar die Gegner. Das ist richtig. Hier steht ein Zombie in der Ecke. Ja. Jeder hat zwei Schuss. Sehr schön. Passt. Best in guess. So. Vorsicht. Ich habe ein Fahrradfahrwerk. Ja, sehr gut. Ich habe es geschrottet. Gedeißend. Ja, tue ich gleich auch. Okay, der Hut. Ah, jetzt habe ich auch das Messer da. Das ist gut. Okay, ich nehme mal das Sofa mit für Stoff, für Band. Ja, das ist gut. Wollen wir zu dritt kommentieren? Oh ja. Mach das mal. Das ist cool. Ich habe ein Bier. Ne. Doch. Ich habe ein Bier. Wollwolf brauchte doch eins. Ich habe einen Kochtopf. Und? Schrotenflint, Muni. Ja, noch besser. Sehr gut. Wollen wir eigentlich oben gar nicht mehr rumgehen, ne? Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber ich glaube, wegen schrotzen Muni. Sollten wir vielleicht doch mal gucken. Yay, ich habe ein Bier. Oh. Und genau jetzt gehen, die sind oben. Tschüssi, ich habe mein Bier. Wir gehen. Okay. Lass mal gerade den Kochtopf wegbringen. Okay, das wollte ich gerade sagen, Kochtopf sichern. Ja. 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 Aber noch können wir ja voll rein. Ah, komm ich wirklich nicht hoch, ne? Super. Ich habe Frames dabei. Hast du? Im Inventar. Das war falsch gesetzt. Bitteschön, der Herr. Oh, danke. Die Dame. Wie zuvorkommend. Ja, ich habe Manieren gelernt, weißt du? Das ist sehr gut. So, Kochtopf ist auch drin. Heute Nacht so täte ich mal. Jo. Auch überall irgendwie alles drin ist, wie so immer das Beste. So, wollen wir dann mal gucken, wo die anderen sind. Und Knaggels finden, bitte. Und Knaggels finden. Oh. Ich muss doch jedem Knaggels zeigen. Die kennen das nicht, die Leute. Oh. Dann schauen wir doch mal. Ja. Vielleicht finden wir auch noch mehr von diesen schwebenden Kisten. Das wäre lustig, ja. Also ich muss sagen, an Zombies halte ich mich kaum auf. Nö, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Da links ist so eine schwebende Kiste. Links? Da, da, da. Ach, da. Ja. Die ist noch zu, die ist noch zu. Die ist auf der Seite. Vorsicht nicht, dass ich dich haue. Unten ist die auch zu. Ah. Oben ist die auch zu gut. Ich bin ein Dorfkind, darauf bin ich stolz. Lass dich dann reinschaubeln. Ich guck nach Süden. Hallihallo. Jenny, Hallihallo. Äh, Spieler, Spieler, Süden. Pink. Der hat uns, der hat uns nicht gesehen. Aber wir müssen gleich auf jeden Fall darauf achten, dass wir in die Richtung vielleicht gehen. Ja. Vielleicht finden wir dann ja wen. Mhm. Dann lootest du dann so schnell Stein. Ja. Leere Aufbewahrungskiste. Wie echt ist das? Das ist doch nirgendwo oft gewesen. Nee. Definitiv nicht. Du kommst durch Ecken durch. Ja, geil. Oh, reicht jetzt? Oh, zack. Ja. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, es ist doch nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Schlumpfina, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Hallo. Okay, dann lass uns doch mal in die Richtung kommen. Genau. Das war so ein pinkes oder niederendes etwas. Das war auf jeden Fall Augenaua. Das war Augenaua. Genau. Es ist hier die Straße hoch. Ja. Ja. Nur aufpassen, dass sie nicht irgendwie aus den Ruinen rausballern oder so. Ja. Wo will der Zug? Oh, ich will was klopfen. Rechts von mir. Richtung Südwesten. Oben auf dem Dach rennt was rum. Auf dem Ruinendach rennt was rum. Okay. Jo. Stimmt. Okay. Ich glaube, da ist eine Basis in der Ruine. Das könnte natürlich sein. Oder auch nicht. Ich höre das Geräusch nicht. Vielleicht looten die auch nur. Okay. Er rennt auf jeden Fall immer noch oben rum. Mhm. Jetzt ist halt die Frage. Ah. Ich treffe nichts. Haha. Ich muss mich auch erst wieder einschießen mit dem Ding. Mhm. Mhm. Oh. Dieser Linkstrill dabei. Wollen wir mal probieren? Glückstreffer? Nee. Ich treffe nichts. Ich probiere mal gerade so ein bisschen Abstand. Mhm. Auf Entfernung treffe ich meistens besser. Ich treffe nichts. Boah. Ist das wies. Ah. Der wird zu tief. Ah. Mist. Oh. Vogelnäste, Alter. Weg. Der ist unten. Südosten. Ah. Ah. Ja. Ich sehe es. Der hat Zombies. Okay. Tot. Ah. Lass die. Lass die. Lass die. Lass die. Lass die. Lass die. Sehr sehr gut. War das jetzt der erste Kill heute? Nein. War nicht. Obwohl, dein Onkel ist nur so gestorben, glaube ich. Ja. Und du auch. Ja. Ich bin auch im Zombies gestorben. Ja. Und dann hast du das erste Mal Glück. Jawoll. Misch. Mischschokoholik. Ein wunderschön, wenn ich dir. Da suchtet mal wieder jemand sieben Tage. Ja. Sieben Tage lang. Elf Federn hatte er dabei. Ja. Immerhin. Ach du hast einen Onkel erschossen. Ein Onkel war es. Ja. Ein Onkel war es. Der Onkel ist erst so gestorben und dann wurde er erschossen. Er erschossen. Der hat heute kein Glück. Ja. Ich habe ihm einfach nur gedacht. Weißt du was. Nimmst du deine Waffe. Wir haben ja ein bisschen was gefunden. Ja. Dann machst du deinen ersten Kill. So muss das sein. Reicht. Können wir beenden heute, ne? Ja. Wenn es so bleibt, ja. Können wir jetzt Schluss machen, ne? Kann ich reinschreiben? Ist vorbei. Ja. Du bist hier der Meister. Der Spielemeister. Gewinner steht fest. Ja. Ja. Das wurde dir so gefallen. Ja. Fassblatt. Ja. Geil. Ja. Nicht schlecht. Ich schmeiß das aber so rein. Ja. Ich schmeiß es mal erst rein. Ja. Okay. Bin ready. Wir können wieder losziehen. Okay. Andere. Nehmen wir wieder die linke Tür, ne? Ja. Ja. Das geile ist, wenn wir vorne reingehen und hier immer raus. Dann denken die, wir bleiben drin. Genau. Das ist gut. Weil du kannst sogar hier rumrennen und die sehen dich da vorne nicht. Das ist richtig. Ach. Ja. Ich glaube, wir sind schon ganz gut mit der Tanke. Ja. Ah. Hier sind Zombies rein. Okay. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall in die Richtung. Äh. Oh. Äh. Ich nehme mal meine Steinaxt weg und tue da die Federn rein. Ja. 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 Mal ein bisschen. Ja. Wohin? 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 Wo ist denn dann irgendwie ein guter Loot? Hm. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, guter Loot ist immer das Schwebende in der Luft. Das glaube ich auch. Ja. Der wurde aufgekloppt. Da werden auch Spieler rein gegangen sein. Ja. Aber keine Base. Die Frage ist, was sind hier potentielle Basen? Die ganz großen Gebäude normalerweise nicht, ne? Hm. Meistens nicht. Oh, hier ist auch nochmal so ein Ding. Hm. Ist das schon offen? Versiegelte. Okay. Kann man da seitlich irgendwo rein? Ne, ne? Äh, ne. Die ist versiegelt. Die musste aufklopfen. Okay. Ich achte wieder mit auf Süden. Ah, ich drehe mich kurz ein bisschen um. Ich habe nichts. Genau. Weil ich hatte die Axt jetzt nicht im Gürtel. Bis ich hier was Goldtapet hatte, ist das sowieso fertig. Ah, Reparaturkits habe ich mit drin. Okay. Dann tue ich die lieber. Die Federn sind mir dann egal. Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber ich traue dich zum Dreck kaufen nicht, ne? Ich? Ich weiß es nicht. Die ist auch leer. Oh, grüner Spieler. Wo? Oh. Da ist ein grüner Spieler innen drinnen. Oh. Oh. Jetzt weiß ich noch nicht ob es Base ist und irgendwas Camping. Aber da ist ein Spieler drin. Okay. Stimmt. Da können wir doch gucken. Jetzt ist oben links im Fenster. Ja. Soll ich was probieren? Reingehen und gebutteren? Probieren kannst du es. Ist er immer noch da? Ja, der ist da drin. Der hat aber eine Schwurze und vollgeladen. Ja. Ah. Es kommt auch noch ein Zombie von hinten. Boah. Lass die Zombies mal auf die triggern. Ich gucke gerade um das Gebäude rum. Oh. Kann ja auch immer ein Zweitausgang irgendwo sein. Aber als ich das Gebäude getroffen habe, war auf jeden Fall kein Sound. Nee. Ich glaube die lupen da gerade. Ich weiß es nicht. Das glaube ich auch. Ja. Hat jemand mit Schrotze geschossen? Ja. Ah. Ich bin jetzt aber noch mal verduchst. Das ist auch nicht gut. Ah. Mädchen, Mädchen. Wo bist du, Ada? Also rein könnten wir ja. Ja. Ah. Da hinten bist du. Okay. Ich bin auf der anderen Seite. Hier ist niemand. Ah. Die werden oben sein. Denke ich auch. Ja. Ja. Die Steps sind hier oben. Genau. Okay. Vorsicht. Garage ist ein Aufgang. Mhm. Ich glaube hinter uns sind das noch die Zombies. Das ist jetzt auch nicht. Okay. Mhm. Also ich bin direkt hinter dir. Ja. Ich habe was klopfen. Ja, ich auch. Genau, da war auch vorher. Das liegt aber ein Schlafsack. Okay. Ah, da ist er. Links, links ist er. Links in der Ecke. Ja. Ich passe mal rechts auf. Okay. Hier vorne ist er. Ich sehe ihn. Okay. Oh! Ja. Da war er. Da waren jetzt zwei. Da waren jetzt zwei. Okay. Das Interessante ist, das Haus hat keinen Sound von sich gegeben. Ich konnte aber keinen Spike setzen. Ach ist das wieder so komisch. Das war glaube ich schon mal in irgendeinem PvP. Naja. Vielleicht haben die es auch nur anders gesetzt. Wer war denn das? Ach, Menedon war das. Okay. Okay, dann... Rache? Klar, Rache. Jetzt habe ich auch keinen Durst mehr. So mag ich dich. Ich war nie anders. Okay, dann haben die da eine Base. Das war das Gebäude, glaube ich. Na gut, bei uns ist auch kein Turm. Ja, weil du drauf haust. Ach so, stimmt auch wieder. Ich habe mal Menedon mit dir geteilt. Das klingt auch komisch. Die müssten ja auch irgendwann mal rauskommen, ne? Das war doch das, ne? Das müsste... nein. Ne, ein zweiter, ne? Ein zweiter. Ja, das hat das so einen großen Haufen. Oh, der ballert. Ja, der ballert aber gut. Da das große Haus ist es, genau. Das können wir irgendwie... Na gut, ich will natürlich nicht Base campen, aber... Ne, ne, ne. Wie gesagt, ich dachte halt, das ist kein Ton. Aber da ging halt definitiv im Schlappse drin. Also ich denke schon, dass das eine Base ist. Ja, ja. Ich konnte drinne nichts setzen. Also eine Base ist es. Ja. Na, sonst gehen wir mal ein bisschen weiter. Ja. Ja. Habe ich das denn jetzt noch markiert? Ja. Ja, das habe ich markiert. Gut. Okay. Machen wir Aufklärung und dann machen wir Rache. Die müssen ja, wie gesagt, irgendwann rauskommen. Mene war jetzt grün, ne? Das war jetzt grün, richtig. Okay. Ich bräuchte gerade einmal... Holz. Na, stimmt. Für ein Ding reparieren, ne? Ja, Bogen reparieren. Braucht man ja auch nicht viel, aber... Nö, das ist richtig. So, was haben wir hier noch? Potenziell roter Spieler auf Süd-Süd-Ost. Hinter diesem kleinen Gebäude. Okay. Wer ist denn rot? Rot ist... Weiß ich noch nicht. Ja, sieht uns auch. Sieht uns auch. Das könnte sein. Läuft rechts rum, glaube ich. Ja, da vorne ist noch einer. Ja. Jawohl. Wow. Was hat denn der? Weiß ich nicht. Was? Hinter dem Baum genau Richtung Westen? Ja. Muss man gerade eine Heilbahn da schon nehmen. Hä? Der hat mich gewischt. Warum hat denn der eine Pistole? Der hat eine Pistole. Okay, da ist irgendwas in den Einstellungen falsch gelaufen. Okay. Hi Tari. Ein Wunderschön. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Dürften gar keine Pistolen hier drin sein, oder? Darf ich berichtigen, was das so... Na, eigentlich dürfen keine Pistolen drin sein. Ach, der hat einen Turret wahrscheinlich. Aber der hört sich anders an, oder? Der Turret hört sich ganz anders an. Das war, glaube ich, definitiv eine Pistole. Vor allen Dingen auch mit der Geschwindigkeit, wo geschossen wurde. Ja. Turrets sind drin. Ja. Aber das war doch kein Turret, oder? Nee, das war bestimmt... Also das hat sich... Ich kann ja pfüttchen, das war eine Pistole, oder? Das hat sich angehört wie Pistole, würde ich sagen. Weil dieses Turret hat so einen schrottigen Ton, so... Ja, ja, Moni für alle Waffen sind auch drin, damit du sie zur Not verkaufen kannst. Und nicht sofort herausfindest, welche Waffe drin ist und welche nicht. Das ist richtig. Also Pötchen sagen auch, das hat sich nach Pistole angehört. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Finde ich komisch. Ah, ich bin in die andere Richtung. Bin hinter dir. Komm zu dir. Ach so. Ich war nicht sicher, wo du jetzt hinrennst. Das bin ich selber nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Pistolen sind drin, ja? Ach. Sie müssen ja schon ehrlich sein, die PvP, wenn es ohne Schuss war, finde ich besser. Ein pinker Spieler hinter dem Haus auf der Fabrik. Okay. Auf dem Dach. Ja. Ah, der Baum nervt natürlich jetzt, ne? Jo. Shit. Ich dachte, das war eine erhöhte Position. Ah, und wir fressen nur Blätter. Ja, so in etwa. Und da auf dem Dach, oder wie? Ja, der war eben ganz oben auf dem Dach. Du kriegst hier keine Position, von der du es gut sehen kannst. Siehst du ja hier die Flames. Ja. Oh, da geht das Glas kaputt. Ja. Okay, das ist eine Base. Oh, aber die macht den Ton. Ja, ja. Fabrik? Nee, da würde ich ja... Oh Gott. Fabrik als Base. Das ist hart. Das ist hart. Das ist mutig, ja. Das alleine schon, um das zu clearen. Ja. Ja. Da sind auch noch Zombies drin. Das hörst du. Definitiv, ja. Ja, oben auf dem Turm ist er. Wie es sehen? Ach, auf dem Turm. Auf dem vorderen Turm, genau. Vielleicht nehmen sie auch nur den Turm als Base. Das könnte sein. Das könnte sein. Ja, das könnte sein. Weil da kommst du da schon mal, da haben sie ein paar Treppen hoch gebaut. Ja. Mit einer Klappe. Eigentlich gar nicht dumm. Wie hoch muss ich... Das ist noch zu tief, okay? Ich treffe nicht. Ich glaube, mit dem Sniper würde ich da nicht mal treffen. Damit treffe ich dann ganz kurz da. Jetzt ist er... Na gut, ich wollte nur mal gucken, wie hoch ich zählen muss. Mhm. Aber geiler Not, muss ich zugeben. Ja, ja. Das ist richtig. Aber die haben wahrscheinlich wirklich nur die... Nur die Säule. Genau. Damit Frames... Schütze mich mal gerade. Ich trage das gerade mal ein. Ja, aber nicht mit allen Teilen. Nee, nee. Pink. Teilen. Verbündete. Jawoll. So. Die Giddinger sind richtig gut montiert. Ja, die sind auf jeden Fall sichtbar. Das ist das Wichtigste. Das ist richtig gut, ja. Aber die finde ich auch schön. Jetzt guckt er wieder raus, aber ich treffe nichts. Ja, von mir aus triffst du jetzt auch nichts. Nein. Aber... Er trifft besser, weil er die hohe Position hat. Genau. Blaue Spieler Richtung Westen auf der Straße zwei Stück. Okay. Die gehen da gerade um die Kiste rum. Ja. Gehen jetzt Richtung... Rechts weg, also Richtung Nordwesten. Ja. Oh, die hauen ab. Sind hinter dem Zaun. Sollen wir da mal hinterher? Ja, machen wir. Sollen wir rechts rum um den Zaun? Oder die sind da gerade rechts hinter den Zaun gegangen? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die das hier als Biss haben. Das könnte sein. Das könnte tatsächlich sein. Weil die überall für ihm stehen. Mhm. Ich renne jetzt gerade mal um den Zaun rum. Ja, die sind hier hinter dem Zaun. Hinter dem Zaun gegenüber auf dem Ding. Da vorne, hinter dem Baum. Ich lauf los. Ah, okay. Nein! Shit. Oh, oh. Ja, um zwei gegen einen. Ja, ich bin voll daneben gesammelt, ne? Boop, boop. Yo! Boom. Ja. Mich holen sie mit einem Schuss weg. Und wenn ich einen Schuss reinsetze, lebt er noch. Ähm. Sirion, einen wunderschönen wünsche ich dir. Brauchst du noch. Zählt das als Rüstung oder Kleidung? Ähm. Die Gilly-Dinger sind Kleidung. Das ist einmal Jacke. Und einmal Hose. Das Gute daran ist, selbst wenn du da drunter Rüstung trägst, ähm, ist das kein Problem. Weil die Rüstung ist kaum sichtbar. Bist du das mit dem Messer draußen? Ich bin draußen, ja. Ich warte grad auf dich, weil ich allein bräuchte jetzt nicht losrennen. Mich verstört das immer noch mit der Pistole. Joa. 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 Mich verstört das, dass ich da voll daneben geschossen hab. Ich trottel. Joa. 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 Kannst du mal nachgucken, ob da Pistolen im Spiel sind? Joa. Wo sind wir hier hin? Ich will auch nicht wissen, wer alles eine Pistole hat oder so. Ich will nur wissen, ob da überhaupt auch andere Waffen im Spiel sind. Weil dann ist da irgendwo was mit den Daten falsch gelaufen. Joa. Joa. Am Tag 6 Uhr holen wir das alles wieder rein. Kein Problem. Ja. Sowieso. Aber wenn man nicht rausgeht, dann ist der langweilig. Das ist richtig. Wir sind ja hier zum Spaß haben. Es war halt auch selten blöd vor mir. Ich stehe vor ihm richtig trefflich mit der Schwutze. Das ist peinlich. Ich hab getroffen und der lebt trotzdem noch. Okay. Daher. Die sind alle gelootet, ne? Ja. Ich glaub, die hatten wir ja, ne? Genau. Ich glaube. Ja, da haben wir mal ein Tümchen. Nee. Die ist versiegelt. Hast du noch eine... Leider nicht. Leider nicht. Aber... Ne, das dauert zu lang. Okay. Ich hab jetzt sogar nichts dabei gerade. Warte, ne? Ich hab ein Holz. Ja, ich hol mal schnell. Dann du mal auf. Ja. Stein, 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 Stein. Da ist ein Stein. Knopfel. Krieg ich jetzt irgendwie Stein raus? Oh Mann. Wo sind die Steine, wenn man sie braucht? Ich dachte, da wäre einer. Ein Stein nur noch. Einen hab ich hier. Okay, okay. Wo bist du? Da, da, da. Kannst du mal gucken, ist der andere Turm auch noch zu? Äh, ich guck mal nach. Sei vorsichtig. Und da steht ja auch im Turm. Ich dachte eigentlich, das sind die, die wir gehabt haben. Dachte ich eigentlich auch. Versiegelte. Kiste. Okay. Hast du den? Warte, ich mach auf. Okay. Ach, das bist du okay. Ich mach auf. Und da links ist nochmal so ein Turm. Äh, nee. Hab ich nicht. Doch. Ja, die Streamer hab ich drin. Und mit Ausrufezeichen Multi. Aber hier seht ihr. Ist auch nur eine Liste. Also, ich geh grad hier rüber noch. Und wir können jetzt eine Schmiede bauen. Ich hab ein Schmiedebuch gefunden. Oh, cool. Ich zeig's heute Nacht nochmal. Oh ja, perfekt. Oh, da. Super. Ich hab das auch verdienst. Versiegelt? Ja, bin grad dabei. Ah, geil. Vielleicht kriegen wir ja auch noch ein bisschen Muni zusammen. Ja, das war aber leider nur eine Radkrippe. Okay. Die ist auch noch versiegelt hier. Ja. Boah, wie viele Türme hier rumstehen. Oh. Ja, den Spawn konnten wir nicht beeinflussen so extrem. Ah, okay. Danke, Lady. Bisschen Kohle. Leider nix. Nächstes Mal lass ich dich looten. Du hast besseres Glück. Ah, ne. Ja, muss nicht. Ja, lass uns erst zurück. Wir haben zweieinhalb Gruppen gefunden. Ja. Das ist ja schon mal etwas. Das ist richtig. Ich bleib Team Chevy und Aldo. Ja, das finde ich nett. Hey, ich find's toll. Endlich darf ich auch mal mit dem Robert der Püse Hamster spielen. Okay. So guten Loot hab ich auch nicht. Okay. So guten Loot hab ich auch nicht. Ich lass dir die Türen hier mal offen. Hast du noch einen Frame? Ja. Du hast alles. Ich hab alles. Oster ist gestorben. Wann zähle ich. Kann das sein, dass Proxy nach meinem Schuss an der Blutung gestorben ist? Äh, das könnte sein. Ja. Weil der danach als tot steht. Ja. So. Ich räume dann gleich mal auf. Tu dir ja keinen Zwang an. Ja. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt schon ein paar Eier. Vielleicht auch ein bisschen was kochen. Ach ne, Kochtopf haben wir ja. Ja. Haben wir irgendwo Wasser oder so? Ähm, wir haben auch genug Wasser glaube ich. Okay. Ich sollte hier auch als erstes die Essenssachen rißen. Mhm. Das sind immer am leichtesten. Ja. Und am wichtigsten. Genau. Essen und Heilung war ich in allem. So, Wasser. Uh, noch ein Tresor gefunden. Hattest du noch Lockpicks? Äh, ja. Es sind hier irgendwo drin. Ich geh mal den Stinks knacken. Okay. Aber dich lass ich looten, du hast mehr Glück. Äh, das, das, das. Ach ne, da haben wir noch. Hier. Okay. Wir haben nur zwei Eier. Ja. So. Du kannst looten. Äh. Wo ist leer? Hier. Hier bei mir. Da ist jetzt der ultimative Loot drin. Mit Pistole. Oh, hier siehste. Aber wir haben 9mm. Dann komm jetzt noch mit Pistole rum ran. Oder Schrotze, was dir besser lieber ist. Ich hab jetzt beides hier, aber bei der Schrotze würde ich dir mehr Schuss geben. Damit ich nur so Notfall 2-3 Schuss oder so drin hab. Äh. Ich möchte auch so ne Schiller Suite. Ist die neu in der Eiffel 18? Ach. Ja. Achso. Ja, ich glaub auch irgendwie. Aber ich weiß, ich hab sie vorher noch nie gesehen. Doch das läuft unter Tarnanzug Hose, Tarnanzug Jacke, Tarnanzug Kapuze. Okay. Und das ist, wenn man Scharfschützenbücher voll hat. Ich hab die Schrotzenmonie mal hier reingepackt in den einen. Danke schön. Dann hab ich eine Schrotze mit 2 Schuss für den Notfall. Okay. Und reparier gerade die Pistole. Alles klar. Und dann setz ich was zu essen an. Super. Boah. Aber warum gibt's Pistolen? Das kann ich so. Tja, da hat halt sich ein Fehler eingeschlichen. Ja. Ich hoffe, dass du da nur Pistole hast. Mann, ich bin so pleite. Ich kann mir kein Bier kaufen. Wollen nicht noch Geld? Hier sind's 2 Cent. Tja, ich hab 2. Ich brauch aber 100. Ah. Das sind Zombie, ne? Moment. Wollen wir hier auch eins? Jetzt wollen die Affen schon wieder rein, ne? Warum wollen die das denn immer? Weil du gerade lecker kochst. Aber ich hab da noch gar nichts eingesetzt. Aber ich kann den hier gut treffen. Ich... Okay, ne. Der hat jetzt. Scheiße. Okay. Das war lecker. Aber ich lebe noch. Das ist gut. Vernünftiges zu trinken hinterher. Besser. Okay, Zombie ist tot. Aber die machen hier gerade das Ding kaputt. Das gefällt mir gar nicht. Welches? Vor unserer Treppe machen die gerade einen Eingang quasi. Okay. Cool Tools mit mir. Dann sollten wir vielleicht da auch ein paar Spikes drum setzen. Ja. Hast du noch welche? Oder sonst mache ich welche. Ne, was wirst du machen? Ich hab zwar noch 6, aber die hab ich einfach nur im Inventar wegen Spielern. Und den Trick die Angel dann von dir gelernt, ja? Ne. Das hab ich mir von ein paar Leuten abgeguckt. Ah. Es ist eigentlich eine richtig gute Taktik, ne? Ja. Wollen wir hier noch was zu essen drin haben? Ne, ne, ne. Okay. Ich geh auch mit. Ach, weiß. Was? Sollte reichen. Ja. Ähm. Einfach ein Glühbirner. Äh. Warum? Bist du das? Ja, ich brauche Reisen. Äh. Ich hab ja genug Reisenregale rumliegen gerade. Joa. Aha. Machen wir da was fertig. Das ist wichtig. Da will ich gleich mal was nachgucken. Mhm. Man hört sie nicht kommen. Ja, das ist richtig. Äh. Benutzen wir... Das wäre wichtig. Das ist wichtig. Äh. Das könnte wichtig sein. Die kommen noch dahin. Das ist wichtig. Äh. Das könnte wichtig sein. Wenn du jetzt bei der Hintertüre rausrennst und links rum rennst, pass auf, da stehen jetzt Bikes. Okay. Okay. Die können weg. Das bleibt mal da drin. Das kann weg. Das bleibt drin. Das kann weg. Ne, da wollte ich was nachgucken. Äh. Ne, die wollte ich benutzen. Gut. Ähm. Ich hab jetzt nur grob sortiert. Äh. Ganz, ganz rechts Essen und... Also Essen, Trinken, Gesundheit. Genau. Äh. In der Mitte etwas, was wichtig sein könnte. Und links alles andere. Alles klar. Super. Das ist gut sortiert, oder? Perfekt. Perfekt. So. 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 Wir müssen da nochmal Pfeile, äh Dingsen, Federn suchen. Ja. Ach, wir müssen so viel tun. Ja gut, Federn machen wir nebenbei, ne? Genau. Äh, ich mach ein paar Verbände fertig. Jawoll. Jawoll. Nicht viele, aber ein paar wenigstens erstmal. Ja. Die tue ich dann in der Essenskiste. Äh. Äh. Reinschalden wir drauf. So kann ich ganz entspannen. Okay. Okay. Besser hätte ich auch nicht sortieren können. Hahaha. Das ist gut. Ja. Sonst sortiere ich, äh, sonst sortiere ich noch anders. Aber für das PvP sollte das so reichen. Ja. Ja. Kann ich. Ich bin mal auf dem Dach ein bisschen in den Ausschau halten. Okay. Vielleicht sehe ich aber irgendwas. Na kurz pausieren. Ja. Jetzt haben sie meine Pistole gehabt.